Hey ihr Lieben, heute drei Lifehacks, die mein Leben verändert haben, dramatisch verändert haben. In irgendeiner Art und Weise stehe ich ja sogar für Lifehacks, zumindest wenn es darum geht, Menschen zur Marke zu machen, auf die Bühne zu bringen. Aber um das hinzukriegen, deinen Erfolg zu haben, welcher auch immer es ist, musst du ja dein Leben in den Griff bekommen. Ich nenne das übrigens Lebenslogistik. Und ich stelle ganz häufig fest, dass Menschen nicht am Markt scheitern, nicht an den angeblich fehlenden Kunden, nicht an irgendwelchen Umständen, sondern sie scheitern an sich selbst oder besser gesagt an dem, wie sie mit dem Leben umgehen. Das heißt dann im positiven Sinne heißt es dann Mindset, aber mir geht es oft um die kleinen Tools, die es tatsächlich ausmachen. Und drei davon stelle ich dir in diesem Video vor. Mein erstes Tool ist sehr banal und damit ganz entscheidend fürs Leben, nämlich mein Posteingang. Ich schaue, dass mein Posteingang, wenn ich ins Bett gehe, immer leer ist. Warum? Ich kann ganz normal einschlafen, ich kann am nächsten Morgen ganz normal loslegen und Job is done. Denn wenn du da schon was rüberträgst auf den nächsten Tag, wird es eh schwierig. Und by the way, zumindest bei meinem Posteingang ist es eh so, dass in der Nacht logischerweise noch genug dazukommt. Und das fängt übrigens mit so Kleinigkeiten an. Schau mal, viele haben mal eine Newsletter bestellt. Viele auch absichtlich, noch mehr wahrscheinlich unabsichtlich. Ich habe das die Tage bei einer Bekannten gesehen, die macht ihren Rechner an, macht ihr Mail-Software an und dann macht es rütteldi-dutsch. Und dann sind da, I don't know, 200 E-Mails drin. Davon waren aber gefühlt 190 Newsletter. Und du weißt doch schon gar nicht mehr, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Du hast deinen Fokus schon verloren. Ich habe ein paar Newsletter abonniert. Die schaue ich mir auch an, wenn ich sie brauche. Aber wenn ich sie nicht mehr brauche, lösche ich den Newsletter. Und Achtung, jetzt kommt es. Und das ist dieser Mini-Hack, der so entscheidend ist, der aber Lebenszeit verlängernd ist oder Lebenszeit schenkend ist. Stell dir nochmal vor, du kriegst eine Newsletter von dem Anbieter. Manche senden zwei Stück in der Woche raus. Lass dich bitte 50 Jahre leben, dann sind das, I don't know, 50 mal 50 Wochen. Da kommt schon eine irrsinnige Zahl raus. Und jetzt kommen da nochmal zwei Newsletter dazu. Das wären 2500 mal zwei. Das wären dann schon 5000 Newsletter, die du einfach mal so kriegst. 5000 Mal machst du wegen einem einzigen Newsletter im Leben nur löschen, löschen, löschen. Das ist wesentlich mehr Aufwand, zeitlich gesehen, als einmal den Newsletter zu öffnen, runter zu scrollen, auf abbestellen zu drücken und damit draußen zu sein. Halt dein Postfach sauber. Übrigens nicht nur dein Postfach sauber, sondern dein Leben sauber. Dein Fokus wird logischerweise viel klarer sein. Damit kommen wir zum zweiten Hack. Viele fragen mich ganz häufig, nach welchen Prioritäten soll ich eigentlich meine Aufgaben machen? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Womit fange ich eigentlich am ersten an? Die meisten machen ja die Aufgaben als erstes, die schön sind. Verständlicherweise. Macht ja Spaß. Mein Fokus liegt darin, wenn es irgendwie geht, immer zuerst das zu machen, was Umsatz bringt. Wenn du als Unternehmen aktiv bist, musst du ja irgendwo logischerweise auch deine Ergebnisse erzählen. Also zuerst den Umsatz einfahren, dann den Spaß haben. Viele denken vielleicht nicht in Umsatz, dann denkst du in Zeit. Und wenn du in Zeit denkst, stell dir immer die Frage, was bist du eigentlich wert? Oder andersrum, für was machst du Dinge? Und die Gegenfrage lautet, für was machst du Dinge eben nicht? Ich stelle so häufig fest, dass sich Menschen treffen zum Austausch, zum Networking, zum Chancen entdecken. Und was machen sie in Wirklichkeit? Sie verschwenden einen Haufen Zeit, sie jammern, sie beschreiben, wie andere etwas tun, was sie selbst nicht tun. Und die Zeit ist eigentlich verloren. Ich habe zugegeben eine relativ harte Regel eingerichtet, aber ich habe mir eine Preisliste eingerichtet. Ich habe mir eine Preisliste eingerichtet, ab wann ich was tue. Ab wann ich eine Stunde einem Kunden schenke oder eben auch nicht schenke. Und vor allen Dingen, wann ich es nicht tue. Zum Beispiel gibt es für mich nur drei Gründe, warum ich mein Haus verlasse. Der erste Grund ist wirtschaftlich gesehen, weil ich einen Auftrag habe. Übrigens nicht, weil ich vielleicht einen Auftrag bekommen könnte, sondern weil ich einen habe. Das ist ein Unterschied. Der zweite Grund ist natürlich der mit meiner Familie. Da gibt es noch so ein paar Mini-Gründe wie Friseur, Zahnarzt und so Ekelnummern. Die lassen wir mal so außen vor. Und der dritte Grund ist Liegentransport. Liegentransport. Liegentransport heißt entweder Krankenwagen oder Sarg. Aber sonst bleibe ich in der Regel zu Hause. Weil mir meine Zeit zu schade ist, sie zu verschwenden für Dinge, die keinen Sinn machen. Und darum frag dich mal, wie viele Dinge machst du eigentlich, die keinen Sinn machen. Und damit komme ich zum dritten Hack. Einer meiner Lieblings-Hacks. Das ist oft erzählt, aber viel wichtiger, schon ganz häufig benutzt von vielen, vielen Menschen. Kurz die Vorgeschichte. Ich war ja mal im Schweigekloster, was relativ spannend ist, weil da darfst du eben nur schweigen. Selbst wenn du die Butter haben willst, darfst du dich nach der Butter fragen, darfst du dich nach der Butter gucken, weil das ist ja auch schon Kommunikation. Und du musst also so irgendwie an diese Butter rankommen. Aber am ersten Tag durfte ich, da gab es so eine Einführungsstunde, da hat der Meister noch geredet, wie und was. Und der Meister sagte dann, ihr dürft am letzten Tag, das war nach einer Woche, noch mal fünf Minuten mit mir reden. Und ich habe mir überlegt, welche Frage stelle ich jetzt dem Kerl, damit ihm vielleicht gleich die Räucherstäbchen ausgepustet werden und der am besten Fall noch von seinem Meditationskissen runtergeweht wird. Und ich gehe rein und sage zu dem Meister, ich habe nur eine einzige Frage und die Frage lautet bitteschön, was bitteschön ist Leistung? Und ganz ehrlich, ich dachte, dass der da lang drüber nachdenken muss und dann irgendwas rausstottert, aber das Gegenteil war der Fall. Wie aus der Pistole geschossen, sagte er zu mir, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und ich musste auch über diesen Satz lang nachdenken, um diese Wirkung in der Tiefe zu verstehen, die ich dir gerade sagen will. So viele Menschen kommen nämlich auf mich zu und sagen, Hermann, habe ich denn das Potenzial dazu? Bin ich gut genug? Bin ich kompetent genug? Bin ich whatever? Und heute brauchst du dir in der Regel nicht mehr die Frage stellen, ob du Potenzial hast. Ich darf dir jetzt schon sagen, yes, du hast es. Die Frage ist nicht mehr, hast du Potenzial? Denn ich bin gnadenlos, radikal davon überzeugt, dass jede, jeder, du ein Riesenpotenzial hast, dich, deine Träume zu realisieren, deine Botschaft in die Welt zu bringen oder was auch immer du tun willst. Die Frage ist nicht dein Potenzial. Die Frage ist, wie sehr bist du in der Lage, deine Störfaktoren zu eliminieren? Und mit Störfaktoren meine ich natürlich Tausende, aber ich meine vor allen Dingen auch die scheinbar unbeeinflussbaren. Dass wir alle wissen, dass Netflix gucken eher Störfaktor ist als sinnvoll, brauche ich nicht erzählen. Dass vielleicht Faulheit und Nichtstun zumindest neben dem Ausruhraspekt ein Störfaktor für den Erfolg ist, brauche ich auch nicht erzählen. Aber wir haben so viele Dinge, mit denen wir uns selbst betrügen, weil wir glauben, sie machen zu müssen. Und ich will dir mal so ein paar Beispiele geben. Du kannst dann auch selbst beurteilen, wie hart oder weich du damit umgehen willst. Aber ich bringe zum Beispiel keine Briefe zur Post, sondern lasse sie abholen. Kostet manchmal ein bisschen Geld, aber ich spare mir die Zeit. Ich gehe auch keine Getränkekisten einkaufen. Ich lasse sie bringen. Kostet ein bisschen mehr, aber mir ist es eben lieber, samstags nicht Kisten zu schleppen, sondern entweder zu arbeiten oder die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil ich eh schon so viel gearbeitet habe. Und denk mal weiter. Darfst du eigentlich selber bügeln, wenn du für Größeres bestimmt bist? Und vielleicht verdienst du zumindest on the long way mit dem Größeren mehr als mit dem Bügeln. Darfst du eigentlich selber Geschirr abspülen, wenn du für Größeres bestimmt bist? Das heißt jetzt nicht, dass du sagst, ich mache in Zukunft gar nichts mehr, ich bin dir die wahr. Das heißt, dass du dein Potenzial rausbringst und die Dinge machst, die nur du kannst, die du ganz besonders gut kannst und andere dann sogar die Chance gibst, die Dinge zu machen, die die gut können. Denn so kommen wir alle in unsere volle Größe. Und es sind die Ablenkungsmanöver unseres Lebens, die wir so häufig haben. Drum bitte weg damit mit den Dingen, die andere können, die du delegieren kannst und hin zu den Dingen, für die du wirklich in diesem Leben angetreten bist. tatz 2 3 4